Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanada mit dir bis von heute spielen wir wieder Team 2 Racing ja also wieder ist es wieder gut wieder rein zu kommen in Team 2 Racing ein gutes ein gutes Spiel seine Mitspieler zu nerven ja also warum bist du auch so nicht sagt man warum 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 ob mich jetzt mit zwei Prognette nix getan wenn es noch nicht böse ist noch nicht ich hab kein Funke gemacht so traurig okay gehen alle die abkürzen hätte manchmal könnte man das mache ich muss jetzt wieder mal gewinnen ich bin als obzehnte der schuld allstern nein warum sie sich nur seinen stand ich wollte ich wollte die gegner alle umbringen ich bin ich bin siebter ich bin siebter ich brauche aber egal ich bin jetzt alle weiß was was passiert wird der zug wird kommen erinnern sich an die warte der zug wird kommen weg geht aber da wurde ich jetzt schon da kommt nicht mehr mit das wollte ich würde ich eigentlich im kursen ist ja ich habe mich gecrasht ich bin jetzt nur ein ich bin jetzt die nummer zwei und natürliche nummer 1 ich gehe heute an wer ist das weil er sollte so nicht ich hasse den die hat so geschlechten beruf und wir wissen alle warum behindert der echte so nicht so bist du mit der echte sony roboter das macht der echte roboter da könnte auch sagen ich bin auch der echte menschheit oder war nein ich bin ich bin der normaler mensch also ich bin ich der echte menschlich kann man nicht damit ich hasse jetzt mein gott und aber wenn wir das nicht weil ich diese verletzte weg und das hat doch recht gegeben wird das ein sehr viel denn oder in diese steine bringen ja aber die weit war zu dunkel sein mit dem sein gehülten aber aber letztendlich hatte ich bin zornig obwohl er zu mir schaust und ich gehe nur raketen mit solchen also wer ist jetzt zwei teilen ich weiß gar nicht so nicht woher kommst du in der zweiten ecke ich habe gewonnen wir gehen zu der nächsten strecke team headshot nicht mal vor ok leute wir haben alle mega topo für sich schnelle wissen alle dein team und wenn mich folgt da seid ihr einfach schlecht geht also let's go also warum ich sie zu stellen werde ich voll ich möchte es mal wünschen ich habe ich habe mich voll wenn ich mir nicht mehr mit der chemik hat und da kann man nicht gewinnen also die kreis auch experte und ja das ist eine kurze schreck also ist nicht schwer mehr zu kriegen also bei dieser anderen schafften so richtig lang und so mag ich mal schneller mega topo das ist langweilig von mir ich will gar keine leidung warum ich bin mir ein bisschen gebrochen ich bin kein item sagt mich einfach nur hochwertig war ja wir wollen wir haben jetzt runde regnungspick gar nicht was habe ich gesagt aber er machte es jetzt er könnte jetzt machen ja kann es machen ich kann nicht richtig fahren überholen ich bin eigentlich ich bin ich mit allem immer wenn wir die eigentliche klar aber das ist ja nicht so auch nicht nachdenken ja ich hab dich gern die man hier einiges war ich höre ja nachdem eine der sichere und lebt doch nicht drauf schaue n kreuzer umdaten fettverlust vor mir um bist du dumm man könnte ich jetzt unten hätte ich jetzt richtig sehr wohl um ich wollte hier nahe ich bin letzter ich wollte schon um das weg kommt 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 er ist doch erst ein ach das ist die aber doch bis gleich das ist gereicht und das hier ich bin wir müssen uns in der letzten Jahre durchschauen ja alle ich mit mir oder die macht nicht gewohnt das war traurig Merkel zu mir ist halt noch mal die Schraube so wie hoch und schaubten also schon durchgekommen wird ja wenn wir nicht mehr so vor also ich habe besorgt hätte schon mit Hälften drin ist dann dann wäre dann hätten wir immer noch von 2 ist noch vor sonnig wieso machen ist alle immer so normal ist immer ja einfach mit video unser team ist nicht das beste team auch mit genießen bis dann